So, Leute, die Kamera läuft. Kleiner Augenblick, ich platziere die mal eben. Ich würde am liebsten jetzt das Intro machen, aber ich kriege da nicht so hin wieder, aber ich darf nicht so laut sagen, weil Jan ist nebenan. Yo, Leute, was geht denn? Willkommen auf dem Westkanal auf YouTube. Leute, ich bin jetzt gerade aus Wien gekommen und ich habe mich mit Jan gestritten, weil erstens hat er mich geprankt. Okay, darüber hinweg, ist mir jetzt egal. Hat der cool gemacht eigentlich, aber das Krasseste, was der abgezogen hat. Ich habe gesagt, spoiler mich nicht bei Elite. Alle, die den Film nicht kennen, ist eine krasse Serie, guckt euch das an. Die zweite Staffel kam neu raus. Er hat mich komplett gespoilert. Leute, der hat mich komplett gespoilert. Ich habe gesagt, Jan, ich werde dich auseinandernehmen, wenn du weiter spoilerst. Wenn du weiter spoilerst, er hat nicht aufgehört. Ich habe ihn geblockt. Er hat über eine Gruppe geschrieben. Haben wir ihn aus der Gruppe rausgeworfen. Was passiert? Ist noch eine andere Gruppe. Hat er über die geschrieben. Dann haben wir den da auch rausgeworfen, damit er aufhört zu spoilern. Er versteht es nicht. Er fängt mir an, über Snapchat zu schreiben. Er fängt mir an, über Insta zu schreiben. Kommt der? Nein. Er fängt mich an, überall zu spoilern. Ich habe überall geblockt. Auf einmal fängt er an, über meine Dings Mutters Handy zu schreiben, mir was passiert. Der Junge hat einfach nicht aufgehört. Und ich habe gesagt, ich werde dich hochnehmen. Ich werde dich hochnehmen. Dafür habe ich auf Instagram eine Ansage gemacht. Ich werde euch dafür brauchen. Ich werde Jans Nummer legen, Leute. Wartet, ich gehe mal drauf. Leute, das ist Jans Nummer. Er hat sich Lebensgrund eingespeichert bei mir von alleine. Stimmt. Ich muss den Kontakt eigentlich noch freigeben, weil er ist eigentlich bei mir gerade geblockt. Die Nummer steht da vorne. Die zeige ich euch noch nicht. Aber Leute, hier. Ich gehe mal ganz vorne hier, damit ihr seht, dass die Nummer echt ist. Die Schwung mal ganz hinten. Da. Da habe ich ein neues Handy bekommen. Gönnt euch. Schreibt den alle an, die noch den anschreiben können. Aber es wird wahrscheinlich zu schwimmen, denn er wird wahrscheinlich eine neue Nummer haben. Aber ich werde jetzt deine Nummer legen. Ich werde den Jungen auseinander nehmen, weil er mich gestrollert hat. Leute, ich werde jetzt die Nummer auf Instagram legen. Wartet ab. Wartet ab, was passieren wird. Ich warte, bis er in seinem Zimmer ist. Ich werde die Nummer legen und dann wartet ab. Ich hoffe, der Junge wird weinen. Bis gleich. Ciao. Jan! Komm mal hoch! Leute, Jan ist unten. Ich rufe den hoch. Okay, der ist auf Toilette. Dann warte ich, bis er kommt und werde ihm sagen, äh... Ja, wir machen ein paar Fotos, deswegen habe ich die Kamera oder so. Irgendwann jetzt, weil ich schlabere und dann werde ich seine Nummer legen und dann wird er ausrasten. Dam, dam, dam. Leute, ich habe gerade alles vorbereitet. Insta-Post. Ich warte, bis er erst aufs Zimmer kommt, weil ich für seine Reaktion sehe. Ey, es wird einfach nicht. Ja, Leute, es will nicht fokussieren, aber jetzt bis er aufs Zimmer... Oh mein Gott, ist der geil, der Typ, Alter. Oh mein Gott! Junge, und ich warte, bis der Typ aufs Zimmer kommt und danach... Dam, 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 dam ist Jan. Hoffentlich am Ausrasten, wenn nicht, keine Ahnung. Haben wir es auch nicht. Kriege ich kurz dein Handy? Warum willst du mein Handy? Du musst auch, ich muss auch ein paar Bilder von dir machen und du ein paar von dir von sonst was. Warte mal, dann kriege ich dein Instagram-Daten. Warum willst du mein Insta? Meine. Nein. Du willst irgendwas da machen, ich bin nicht beendet. Giuseppe meinte, du willst mich da aufs nehmen. Was? Kriege ich deine Daten? Was willst du von meinem Insta, Junge? Dann erinnere ich mich um mein Insta-Passwort, damit ich nicht für mein Insta bin. Warum erinnere ich mich um mein Insta-Passwort, Junge? Okay. Ich brauche dein Insta-Ram eh nicht. Ich will aber deins haben. Du weißt, was für ein Bild wahrscheinlich geil wird, wenn ich hier dich reintue. Was willst du von mir, Junge? Das ist gerade Video auf, denkst du, ich bin doof? Ich mach nichts. Was machst du? Aber zeig doch nur die Kamera. Junge, weg, geh weg. Ja, der macht Video, was machst du? Was machst du? Ich mach nichts. Was ist hier, was machst du? Jan, was ich gerade mache? Nee, kannst du jetzt machen. Du denkst aus, hier ist nicht vom Spiegel, was du da zeigst, du Pisser. Worauf warst du gerade drauf? Warte mal, darf ich kurz nehmen? Warum willst du mein Handy? Was ist auf... Ich hab nichts bei dir gepostet, Mann. Ich will... Junge, ich hab keinen Akku. Wohin rennt der Typ jetzt, Herr. Jump, 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 wenn, dann geh in mein Zimmer, geh nirgendswo runter. Tja, was willst du von meinem Handy? Sag dein Code. Ich muss Handy aufbohren, sag dein Code. Was willst du von mir? Warum willst du mich mal abbetzen? Da passiert nichts, Mann. Zeig doch deinen Code. Was willst du von mir? Sag dein Code. Was willst du von mir? Sag mal dein Code. Was willst du von meinem Code? Ist irgendwas bei Instagram. Ich hab auch was bei Instagram gezeigt. Jan, holen, Jan, ich will nimm dir mein Handy ab. Das geht dir ganz, ganz schnell. Gib mal mein Handy jetzt. Nein. Gib mein Handy. Sag mir deinen Code. Ich geb dir drei Sekunden. Warte, warte, komm. Gib mir drei Sekunden. Ich muss dein Handy auf dem Boden. Komm. Drei. Dazu hast du nicht die Eier. Was? Du hast keine Eier dazu, um mein Handy auf den Boden zu schmeißen. Ähm. Sag jetzt, ich werde dich versuchen. Du bist aber weiße, ah, das Handy-Passwort. Das ist meine Freundin, ne? Sag nicht. Sag nicht. Kann ich Sprachmemo, schreib mir das. Sag nicht, sag nicht, sag nicht, sag nicht. Du hast dein Handy-Passwort, also dein Code. Sag nicht. Tja, was ist von meinem Handy? Wenn sobald dein Handy auch aus ist, dann schweine ich das auf Boden. Ich weiß, was du gefallen. Juckt mich nicht. Hast eh Folie drauf, oder? Ja, hast du nicht. Oh, kannst du das Reparatur schicken? Sind hier praktisch da drin. Hat dich Giuseppe angerufen? Ich weiß ganz genau, ich habe irgendwas vor. Was war das? War das Giuseppe? Wollte er dich nicht anrufen? So, darf ich dir einen Tipp geben? Nein. Komm mit hoch, ich sage dir das. Ich komm mit hoch. Du hast meine Nummer gelegt, schön. Habe ich nicht. Doch, hast du. Denkst, ich sehe das gerade nicht. Hä? Wo habe ich deine Nummer gelegt? Jeder, schreib nicht an den Pisser. Ich nehme meine... Denkst du auch, ich nehme meine SIM-Karte raus? Weißt du was? Nein, nein, du liegst nicht mal an, Jan. Ich habe einen Vertrag, ich kann die nicht ändern. Ich schlur auf alles, ich kann meine Nummer nicht ändern. Nein, Jan, du kannst deine ändern. Ich kann meine Nummer nicht ändern. Ich kann meine Nummer nicht ändern. Du hast eine normale SIM-Karte. Ich schwöre, ich habe einen Vertrag. Ich kann meine Nummer nicht so leicht ändern. Jan, hör auf. Wie viele Leute schreiben? Darf ich mal sehen, bitte? Weil ich habe das eigentlich nur bei Mainzer gepostet. Leute, der folgt mir auf Mainzer. Guck mal, der wird angerufen die ganze Zeit. Jan, nicht meine Nummer. Jan, ich schwöre nicht meine Nummer. Jams Nummer ist jetzt auch geleakt. Jan, gib mal ein scheiß Handy. Ich werde von jedem angeschrieben. Du bist so ein Pisser, ne? Geh doch dran. Rede mal mit denen, Ehrenfans. Ne, ich mache weh dann aus. Guck mal, jeder schreibt mir. Zeig mal, zeig mal deine Nachrichten. Ey, warte, nein. Jan, gib mir mein Handy. Nein, du willst das mit deinem Instagram-Mann-Insta-Story löschen. Jan, gib mein Handy. Nein, ich habe deine Nummer geleakt. Jan, gib mein Handy. Hab ich deine Nummer geleakt? Jan, geh weg von mir. Leute, es eskaliert gerade. Ich habe dein Passwort jetzt geändert, ne, Jan? Schnell löschen. Oh, kommt da. Jan! Liegst du mal? Jan, ich kann meine Nummer nicht an einen Schattenvertrag. Ja, dann blockiere ich. Guck dir das mal an. Okay, nein. Jungs, was geht da ab? Leute, ich habe keinen Bock mehr. Ich wusste... Ja, was pränzt du mich? Was heißt pränz? Was pränz? Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe... Ich habe mich jetzt aufs genommen. Er ist sicher, dass du die Story gelöscht hast? Ja, ich werde ganz weit angerufen. Weil mir wird die noch angezeigt. Ich werde angerufen, angeschrieben, alles mögliche. Leute, es ist eskaliert. Ich wollte nicht, dass das so passiert. Aber Jan, wollte mich... Jan hat mich hofft genug. Ich gebe dir 10 Sekunden, um die Story zu löschen. 10. Ich lösche, okay, warte. 9. Junge. 8. Ich komme hier nicht weg. Wie soll ich löschen? Guck doch. 7. Ich komme hier nicht weg. Ich komme hier nicht weg. 5. 4. Ja, warte. Ich lösche. Jan, du hast mich... Jan, was versuche ich denn? 1. Warte, wenn er weg ist. Ich mache... Ich mache jetzt eine weitere Story mit deiner Nummer. Jan, ich... Gib mir dein Handy. Nein! Gib mir dein Handy. Die Insta-Story jetzt raus. Komm, ich mache auf... Trau dich. Komm, komm, guck mal, wie ich rausnehme. 10 Sekunden. Junge, ich werde auch vollkommen... Ey, Leute, was geht hier gerade ab? Wir können nichts machen. Ja, ich komme, ich mache das neben dir. Du kriegst auch dein Handy. Leute, es ist gerade ein bisschen eskaliert. Ah, ich schieb sie wieder zurück. Guck mal, mein Handy. Hier ist dein Handy. Wenn ich hier wegkomme, Jan, ich werde ganz nicht angerufen. Jetzt kann ich. Rede mal mit den Ehrenmann. Hallo. Wie mache ich dich auf nicht stören? Jan, was ist hier nicht stören? Jan, ist hier nicht stören? So berufst du einen an. Jan, wie mache ich das, dass ich nicht angerufen werden kann? Keine Ahnung. Ich mache Nachtmodus. Nacht, wie geht das? Ich habe doch gemacht, das hier ist doch Nachtmodus. Ja. Quatsch, was ist denn? Ich habe explodiert. Zeig mal nichts. Was hast du gemacht? Lösch jetzt die Story. Ja, ich lösche die Story. Wir haben eh genug Leute gesehen. Okay, dann poste ich nochmal. Nein, 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 nein. Jan, hör auf. Ich habe auch auf. Du hattest gar nicht schmacht. Jan hat deine Nummer veröffentlicht. Ja, ich weiß. Ich habe die auch direkt gelöscht. Die haben nur 200, 300 Leute gesehen, aber die rufen an. Jan! Jan, hör auf, die zu posten. Jetzt mache ich... Ich nehme mein Chef von dir jetzt. Nein, warte. Ich schliege die Nummer überall. Ich poste deine Nummer auch nicht mehr. Aber... Ich schliege sogar Weltschule. Der geht gleich. Ja, sag. Deine Nummer liege ich als nächstes. Jan, sei leise. Ich gucke gar nichts mehr. Leute, das war's für die Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, da lasst ein Abo oder... Ähm... Ich schau mal nicht. Rosemann, haut ab. Quasi. Ey, Leute, Leute. Nimm mal auf, nimm mal auf. Sein Handy ist abgestimmt. Sein Handy ist abgestimmt. Sein Handy ist ausgegangen. Aha, jetzt wieder. Ist wieder an, aber ist zu warm. Ich lösche WhatsApp. Der löscht WhatsApp. Ich lösche auf. Junge, bei mir ist noch schlimmer als bei dir. Obwohl ich dich pranken wollte. Geh doch mal ran, Habe. Ich kann nicht ran gehen. Warum nicht? Nachtmodus. Ja, mach mal Nachtmodus aus. Junge, Junge. Alle, die mich jetzt noch mal anschreiben, habt keine Hoffnung, Leute. Ich hab meine WhatsApp-Modus und Dingent aus. Ich hab meine WhatsApp-Modus aus. Ich hab meine WhatsApp-Modus aus. Ich hab meine WhatsApp-Modus aus. Und alle meine Kollegen, die das gerade tun, die mir schreiben wollen. Aber per Instagram oder Snapchat, weil... Ähm, yeah. Leute, guck mal, was mit meinem Instagram abgeht. WhatsApp meinst du? Ja, WhatsApp. Du musst die Nummern aber auch alle Dinges, ne? Alle... Leute, was geht da ab? John, was hast du mit mir gemacht? Mein Handy stützt gleich ab. Komm, geh mal dran. Dreh mal an, nimm. Geht nicht. Ja, weil zu viele Leute anrufen. Ey, du bist im Video. Du bist im Video, Ehrenmann. Zeig dich. Oh mein Gott. Ey, Bruder, hört mal auf, mich anzurufen. Okay. Nein, Spaß. Aber der kriegt noch seine Strafe. Ehrenmann. Oh mein Gott. Willst du was sagen? Weil wir liegen jetzt auf, deswegen. Aber hier kannst du noch was sagen. Okay. Ich grüße euch. Ihr seid die besten YouTuber. Dankeschön, mein Bruder. Willst du jemanden grüßen? Ja. Grüße, bitte. Wie heißt du? Alexander. Alexander. Alexander, grüße geht raus an dich. Aber jetzt hört auf anzurufen, okay? Ich grüße euch alle. Okay. Okay, ciao. Junge, locker 5000 Leute haben mir geschrieben, bei denen ich... Hast du daraus gelernt? Hast du daraus gelernt? Was du machst, kann ich schon lange, Alter. Was labert der? Der denkt kurz, ich wusste nicht davon. Und Giuseppe hat mir nicht davon erzählt. Und da hat ich gerade versucht, anzulügen, ne? Oh, denkst du auch, der hat mir das nicht erzählt, du Vogel? Zweitens, ich habe doch extra... Läuft das, was wir wieder auflegen? Warte, der singt uns doch deinen Instagram-Kontakt. Ach, meine Beine tun will. Ja, es ist eskaliert. Das war's. Ich brauch ein neues Handy. Ja, warte, 10 Minuten, ey. 10, 10, 10 Minuten. 10, 10, 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 10 Minuten.